6. Dezember 2011. Das schwierigste Gehstück für uns, Pilger, über diese zackigen Salzkristalle ins tote Meer zu gelangen. Aber das Schwimmen dann auf dem Rücken und Brust, herrlich. Im Hintergrund, ganz im Dunst, Jericho, kommt unser Weg dann hinauf, über das Vanicke, nach hinten. Das Wasser ist warm, mild, der Wind ein wenig kühl. Das Wasser ist großartig. Vielen Dank.